Österreichs Marathon-Elite will beim Vienna City Marathon im Laufschritt Richtung Olympische Spiele Tokio 2020. Sollte es zeitmäßig nicht klappen, reicht auch ein Platz in den Top 5 für das Olympia-Ticket. Die Bronzemedaille bei der EM in Berlin spornt Lemawirk, Kitema und Co. zu weiteren Höchstleistungen an. Um in Tokio dabei zu sein, muss er um zwei Minuten schneller laufen als in Berlin. Ich habe schon gut vorbereitet. Warum nicht? Es ist möglich. Aber ja, Sport ist manchmal so und so. Aber ich denke ganz positiv. Eva Wuti im Vorjahr siebte bei ihrem Marathon-Debüt müsste für Tokio ihre Bestzeit um neun Minuten unterbieten. Inwieweit sich das verwirklichen lässt, werde ich wahrscheinlich erst im Herbst wissen. Dazu fehlen mir einfach noch zu viele Wochen und Monate mit konsequentem Lauftraining. Das starke österreichische Marathon-Team ist motiviert und ambitioniert mit dem Ziel, persönliche Bestzeiten aufzustellen.